hallo schönes neues jahr ein gesundes neues jahr vor allem im namen des gesamten personalrats mein name ist alexandra willer und ich habe die große ehre den ersten podcast für das jahr 2021 wir alle hoffen dass es viel besser wird als das letzte jahr zu machen es gibt nicht viel zu berichten wir haben erste anfragen wie denn die impfdosen hier im uniklinikum verteilt werden weil wohl einige schon geimpft sind wir werden jetzt im vorstand auch fragen um die anfragen auch beantworten zu können wie die verteilung genau vorgesehen ist und ja und wenn dann wenn jemand sagt kann ja nicht sein warum denn ich nicht oder so auch solche fragen beantworten können hoffentlich und darüber hinaus haben wir heute entschieden dass wir zumindest ist der jetzige lockdown der vermutlich auch heute verlängert wird anhält und auch den verlängerten lockdown dass wir so lange die sonst üblichen donnerstag termine morgens in den einzelnen gebäuden sind und personalrat vor ort machen dass wir die dieses bis zum ende des lockdowns aussetzen und dann neu bewerten ob wir es weiter fortführen können das war's schon und guten start ins jahr 2021 tschüss